Wir werden heute herausfinden, welches Auto am weitesten fahren kann im Wasser. Schaut deswegen bis zum Ende und los geht's! Möckern! Was geht ab, Bro? Ey, weißt du, was wir heute machen? Und zwar werden wir heute aussetzen, welches Auto am weitesten Combat und ich mach direkt schon mal mein random Vehicle rein. Jo. Ähm. Und ich glaube, damit sollte man relativ weit kommen. Was hast du für... Alter, was ist denn das für ein Ding? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen upgraden, ne? Oh mein Gott. Yo, das ist so ein Brabus hast du, ne? Okay, ich würde sagen, wir düsen schon mal los hier durchs Wasser. Es könnte sein, dass wir das Ganze hier direkt schon beim ersten Versuch schaffen. Ja! Nein! Oh mein Gott! Wo bin ich? Hä? Hey! Oh mein Fahrzeug ist unten. Ich glaube, du bist auch nicht gerade weitergekommen, ne? Du bist ja gerade da vorne mit dem Ding. Ich bin hier vorne, nur, ja. Äh, ja, okay. Ah, da bist du, okay. Ja, ich würde sagen, ähm, das war die erste Runde. Das heißt, wir gehen jetzt direkt wieder rein ins nächste random Vehicle. Und ich kriege jetzt... Oh mein... Ein Trackmania-Auto? Also ich habe auf jeden Fall krassen Grip dann, ne? Aber, aber das war es dann auch. Soll ich dir zeigen, was krasser Grip ist? Dann zeig mal, was du drauf hast mit deinem neuen random Vehicle. Hey! Ähm... Bro, ja, beide. Beide sind ein komisches Auto auf jeden Fall. Ein kleines, okay. Ich würde sagen, let's go. Okay. Wow! Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Alles gut. Alles entspannt. Du hast schon an einer Wand entlang gefahren? Ich bin Trackmania-Auto schon vergessen. So, warte, ich muss... Du musst mir helfen. Bro, au, 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 au. Hilfe, komm schnell zurück. Wie? Ich muss mich... Ich muss mich Dingsen rüberwippen. Ich helfe dir. Äh... Aua. Ich helfe dir. Ey, Bro. Okay, ich habe es allein geschafft. Alles gut. Okay, ich komme. Okay. Boah, danke dir. Nein. Ey, das kann doch nicht sein jetzt, Alter. Also mein Trackmania-Auto, wo bist du? Bist du doch unten drin? Ich komme einfach nicht woran, Digga. Das Ding ist, mein Fahrzeug ist genauso schnell vorwärts wie rückwärts. Was? Das ist... Also, glaube ich, ungefähr. Okay, komm, jetzt müssen wir es schaffen. Jetzt machen wir es. Da müssen wir, warte. Genau, richtigen Moment. Ah, ah. Mann, Bro. Ich komme einfach nicht weg. Ah, okay. Jetzt endlich. Richtig Moment, muss man warten. Und jetzt. Ey, das kann nicht sein. Ey. Wie soll man da durchkommen? Ey, guck mal, wir können uns auch unentschieden einigen, Digga. Ne, ne, ne. Ich will das jetzt hier schaffen. Wie ist das Auto, macht keinen Sinn. Ja. Ja, 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 nein. Ey. Ja. Das kann doch nicht sein jetzt. Warte. Alles gut, ich bin noch im Rennen. Ich bin noch im Rennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du es geschafft? Nein, ich bin wieder am Anfang. Nein. Die Autos sind zu klein. Ich sag dir so, wie du es... Die sind zu klein. Okay, komm. Gehen wir auf mit den Dingern. Ich steige hier aus. Kein Problem. Das heißt, dass wir bei den Unentschieden jetzt diesmal hatten. Das heißt, äh, Random Vehicle Action. Und ich würde sagen, ich habe jetzt hier ein krasses... Oh, Oldtimer. Warte mal. Kann ich nicht mit dem... Oh mein Gott. Du hast ein Boot. Ich habe ein Bootauto. Du hast ein Bootauto. Ich habe ein Bootauto. Hau rein. Ey. Warum geht das nicht? Okay, warte. Aber die ist noch zu flach. Ey. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh nein. Oh. Ah. Hä, warum kommen wir da... Was ist das für ein doofes Ding? Warum kommen wir da nicht weg? Wie soll man da rüberkommen? Das haut mich immer... Absolut kaputt. Okay, wir brauchen wieder ein neues Fahrzeug. Das hat anscheinend nicht funktioniert. So, weg mit dem jetzt hier. Oh mein Gott. Sagt cool aus, ne? Okay, reingeh jetzt ins nächste Random Vehicle. Ich kriege jetzt hoffentlich was Gutes. Irgendwas, was mir... Was ist denn das? Oh nein. Wieso, was hast du bekommen? Oh nein. Ich sehe dich... Oh mein Gott, du hast einen Rollstuhl. Ich habe den legendären Rollstuhl. Was? Okay, warte. So, ich habe jetzt hier so ein Dreiradmotorrad irgendwie. Das hat voll die komische Lenkung. Okay, bist du bereit? Drei, zwei, eins, go. Ich komme. Oh. Ich kann einen Wheelie machen. Ich kann einen Wheelie machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist aber... Okay, warte. Ich schaffe das jetzt hier. Kein Problem. Okay, warte. Ich bin oben drauf. Ah, doch nicht oben drauf. Wo bist du mit dem Rollstuhl? Ich bin da. Ey. Bro. Alter. Alter, wie hoch ich fliege. Wo bist du? Ich bin in der Luft. Ich bin in der Luft. Okay, warte. Ah. So, ich fahre hier oben kurz lang. Okay. Ja. So. Und jetzt, auf jeden Fall übersprungen jetzt hier das Ding. Jetzt kann ich hier schön links durch. Rechts durch. Das ist echt ein blödes Handling, muss ich sagen. Kann ich hier lang? Oh, nein. Ich komme nicht hoch, oder was? Oh doch, ich komme hier hoch. Alles gut. Alles entspannt. Ich bin auch gut unterwegs hier mit meinem Motorrad. Ich komme auf jeden Fall entspannt die Lage weiter. Sag mal. Irgendwie wird es gerade ein bisschen tiefer. Wie weit du bist? Es wird klar. Hier sind auch irgendwelche Leute, die mit Jet Skis chillen. Aber irgendwie wird es total tief. Hallo. Warum wird es so tief jetzt gerade? Komm schon. Ey, es wird immer langsamer mit meinem Motorrad. Ich glaube, es gibt gleich den Geist auf. Nein. Ist kaputt. Ey, ich glaube es nicht, Digga. Ich glaube es ist. Oh nein, schade, dass es kaputt ist. Ey, da stehen doch die ganzen Affen hier immer noch da oben. Also, weißt du was? Jetzt bin ich ja weitergekommen, ne? Dann, äh, hier. Darfst du mit dem Lowrider mal fahren. Kannst du mich mit dem Lowrider fahren. Und ich schnapp jetzt hier das absolut krasseste, random, wie? Nein, nein, nein. Ähm. Guck mal. Guck mal. Wie? Oh mein Gott, was ist das? Hä? Das Flügel. Sieht voll krass aus. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich es kontrollieren kann. Ey, Bro. Äh. Oh mein Gott. Bro, krass. Du hast alle meine Autos kaputt. Nein, nein, nein. Alles. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ey. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Nein. Mein Porsche. Hilfe. Ich helfe dich. Wo bist du? Ich hänge gerade. Sekunde. Aua. Ich helfe dir. Ich muss da weg irgendwie. Ich kann nicht zurück. Ey, verdammt. Komm, ich steig aus hier. Toll. Ey, du hast halt ein netter Mann. Blödes Random-Vickel. Warte ich noch ein neues. Mal gucken, ob ich jetzt etwas krasses vielleicht bekomme. Komm schon ein bisschen Glück jetzt hier vielleicht. Okay. Oha. Ein absolut krasses Motorrad. Mal gucken. Jetzt willst du wieder gut machen. Du hast auch viel gestern aus bei mir. Ja. Verdammt, Alter. Stimmt. Okay. Dann zeig mir, was du drauf hast hier. Hehehe. Ja. Oh. Warte. Kein Problem. Kein Problem für die. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Also dieses doofe Trackmania-Fahrzeug hier. Okay. Aua. Okay. Kein Problem. Damit bin ich doch... Ey, was? Was? Hä? Guck mal. Wie? Hä? Guck mal nach oben. Ähm. Als ob. Kurzen Stunt gemacht. So ganz entspannt. Jetzt bleibe ich hier beim krassen Wheelie. Jetzt kann ich... Ja. Ich werde mich im Backflip machen. Jetzt kann ich nämlich oben wieder rüber fahren. Und dann wieder rein. Und wie kommst du voran mit deinem Lowrider, hä? Bro, ich... Ich geb das schon auf, ehrlich. Oh nein. Oh Gott. Ich bin am Ende mit meinem... Oh, ich mach hier alles kaputt. Ich schwör's dir. Ja. Also warte. Hier kurz durch. Hier kurz durch. Nooo. Oh, krass. Das hat so... Nein. Mein Motorrad ist kaputt gegangen. Was? Ey, ich hör's dir explodieren. Was machst du da? Ich krieg mich auf. Ich bekomm nichts Gutes. Oh. Okay. Macht... Macht Sinn. Ja, den auch noch. Macht Sinn. Ah, vielleicht kriegst du jetzt ein gutes Random Vehicle. Ich glaub an dich, ne? Ich krieg's hoffentlich auch ein gutes. Ich krieg jetzt... Was? Bro? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Es kann sehr gut sein. Ne, warte mal. Oh man, ich ertrink doch direkt. Du ertrinkst doch direkt, wollte ich grad sagen. Okay, dann fahren wir... Fahr mal los. Mit dem kleinen Spielzeugauto. Was denn das für ein Ding? Und? Oh. Okay. Alter, meinst du voll so ein Driftauto. Guck dir's mal an. Das ist mir schon gerade wie, als wenn ich am Endlevel wäre. Ich hab voll das Driftauto, Alter. Toyota irgendwie. Oh. Nooo. Oh. Okay, mal gucken, wie weit du kommst. Aber es geht noch. Hey, krass. Okay, warte. Ja, es geht. Ja. Oh. Okay, halb so wild. Ich bin noch oben drauf. Halb so wild. Ich komme. Wo bist du mit deinem Ding? Ja, ich bin... Naja. Immer noch oben. Ich bin voll am rumdriften. Voll das krasse Driftauto. Hier. Tokio Drift. Nee, du schommelst wieder oben. Gar nicht. Tokio Drift hier entspannt. Ja, du schommelst. Ey, das Ding... Nein. Hä? Oh, ich muss hier sogar lang. Okay. Na, wie weit kommst du, hä? Ich bin schon fertig. Wie, du bist schon fertig? Ich bin am Ziel. So. Hier kurz lang düsen. Alter, ich habe so ein richtig komisches Driftauto. Ich kann es gar nicht kontrollieren. Oh, nein. Oh, Gott. Was passiert? Hä? Nein, es brennt. Es brennt. Ach, nee. Okay, letzter Besuch jetzt auf der Strecke. Sonst habe ich leider noch eine andere. Ich gehe jetzt rein ins Random Vehicle. Oh, nee. Alter, bist du heute der Motorradmeister? Irgendwie schon, ne? Oh, Mann. Okay, ja. Aber der sieht krass aus eigentlich. Ich habe voll das krass Motorrad. Was habe ich denn für ein Auto? Das ist echt verkaufen. Alter, warum ist das so schnell? Was? Ey, mein Motorrad ist total schlecht. Oh, Gott. Mein Squad, der hält es schon. Oh, Frontflip. Was? Ich bin wieder oben. Hau rein, Möker. Mach's gut. So ein Cheater, ne? Dieser Schal ist jetzt aber hier. Diesmal. Dieser Schal jetzt hier aber. Hier muss ich jetzt warten. Kein Problem. Alles gut. Mein Dreirad ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Wieso muss ich jetzt hier nicht in die Mitte fahren, sondern nach oben? Ja. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das hört sich echt spaßig an, das, was du spielst. Ey. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Oh, verdammt. Okay, alles gut. Ich kann weiterfahren. Alles entspannt hier. So, Möker. Nicht düse weiter mit meinem Teil. Auf, ganz. Chillig. Ist dein Auto kaputt? Hi. So, ich klau mir jetzt hier von diesem Affen einmal ganz kurz das Jetski. Muss ich einmal ganz kurz. Okay, die sind anscheinend gerade sehr stabil am Start. Das heißt, dann schnapp ich mir mal ganz kurz hier das Jetski von denen, ne? Ohne Probleme. Scheint die ja nicht zu jucken. Sonst würden die irgendwas machen. So. Außenweg. Jetski. Weiter geht's jetzt hier. Äh. Äh. Links, rechts. Und ich bin jetzt schon weiter als beim letzten Mal mit meinem Auto. Hier war ich nämlich genau hier. Bei meinem Motorrad war das. Komm schon. Komm schon. Was ist da vorne? Ja. Okay. Da geht schon mal die erste Runde an mich. So, warte. Oh. Und durchziehe. Okay, okay. Schicke Autos auf jeden Fall jetzt hier gerade, ne? Das Ding ist, jetzt haben wir hier eine neue Strecke. Und die ist auf jeden Fall ein bisschen anders und gefährlich. Deswegen spawnen wir da ein random Vehicle rein. Hey, die hast du mir doch geklaut von eben gerade. Den hattest du eben gerade, ne? Okay, das ist der Ferrari. Was kriegst du? Bro, was eine Runde direkt. Alter. So, wir müssen mal gucken, wo wir am besten langfahren müssen. Hier runter? Hier geht's auf jeden Fall runter, ja. Und dann müssen wir, glaube ich, hier geradeaus weiterfahren. Und ich glaube, irgendwo jetzt hier rum oder so, ne? Das Ding ist, das Wasser. Oh, ja. Wasser geht auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer. So, hier kurz. Hey! Nein. 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 Mann, okay. Ich mach den kurz weg. Was? Du bist auch drauf gegangen? Tja, Kollege. Pech gehabt. Help me. I wanted the water. Dann geh ich kurz zurück, ne? Alter. Okay, das heißt, dass das Wasser anscheinend doch tiefer ist, als ich gedacht hab. Okay, random vehicle. Oh, nein. Ich komm damit nicht mal um die Kurve oder so. Lass mich vorbei. Ich kann nicht mal... Guck mal. Nein. Das machst du nicht. Das wagst du nicht. Das wagst du nicht. Vorsicht. Vorsicht. Schau. Okay, ich hab's trotzdem durchgeschafft. Achtung. Ich geb Vollgas. Ey, mach bloß nichts. Nein. Was machst du denn? Mein Motorrad ist im Weg. Ach so. Das geht nicht mehr, oder was? Nein, nein. Guck mal, ich bin fertig. Ich schaff's weg. Zack. Fahr durch. Okay. Okay, okay, okay. Mal gucken, wie weit ich jetzt kommend mit der Limousine. Hab ich nicht gedacht, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich hab's noch mal Glück gehabt. Glück gehabt. Die alles sind... Au, au, au. Alles sind... Oh nein, ich muss jetzt hier... Ey, muss ich jetzt ehrlich da lang? Ey, das Ding ist so langsam, ne? Das ist so un... Ich glaube, es geht noch mal eine Stufe tiefer jetzt, ne? Oh. Ähm. Ey. Das wollte ich nicht. Jetzt ist das Auto kaputt. Wegen mir bestimmt, ne? Ja, wegen dir. Ja. So, okay. Lösch das Auto. Tja, jetzt bin ich auf jeden Fall gerade weitergekommen. Ich würde sagen, ich geb dir mal hier... Du hast eigentlich nur krasse Autos, ne? Äh, dann nimm mal ein Random Vehicle. Dann nimm mal ein Random Vehicle. Mal gucken, was... Hä? Oh. Okay, warte, das kann ich leider nicht nehmen hier. Aber... Yo. Oh. Oh, hä? Der Nero. Heute ist einfach das... Die krasse Autos sind heute abgestattet, ne? Okay, der Vordringler, oder? Ja. Pass ich aber da durch? Nein. 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 Ich helfe dir. Ey, wo... Ey! Ich hol dich doch aus! Ey! Du hast mich eher versenkt. Aber mein Auto stimmt irgendwie oben. Okay, jetzt nicht mehr. Äh, jetzt ist mein Auto... Ja, wirklich. ...unter Wasser. Dreck neben deinem Bugatti. Steige ich mal aus. Wie, kommst du eigentlich durch, oder was? Nein, nein. Nein. Warte, ich weiß nicht, kann ich was anderes an. Warte, ich muss hier ganz kurz hochgehen. So. Au! Hä? Ach, da bist du ja. Au, 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 au! So, nee, ich komm nicht rein, oder? Ich werf dir jetzt hier mit Chilis ab, ey. Ist mir egal. Ey! Na! Au! Ey, ich bin! Okay, wir brauchen ein neues Fahrzeug. Und da kommt direkt das Random Vehicle. Mal gucken, ob ich ein bisschen Glück habe mit dem Random... Oh! Ein Toyota SUV. Mit einem krassen Handling, Alter. Alter, nice. Das ist nicht so gut, ne? Oh, weh, 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 weh! Weh, he, 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 he! Zack! Hä? Bro, dein Toyota hat gerade mein Auto kaputt gemacht. Und nicht mein... Dein Ding hat schon vorgebrannt, ne? Nur so nebenbei. Nein, nein, nein. Doch. Nein, nein, nein. Was machst du mit meinen Autos? Los, jetzt wollen wir den Vehicle, sonst mach ich deine Autos kaputt. Hier! Oh mein Gott, Insurgent. Oh Gott! Insurgent. Alter! Alter, hör auf! Krasse Autos hast du hier, Bro. Krass. Oder BMW. Oh nein, kann der schwimmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, dein Porsche hab ich auch nicht. Ich hab noch eins. Das wenigstens gut, ne? Okay. Ja. Oh mein Gott, hau bloß ab. Hau bloß ab. Nein, nein. Nein! Ja! Bitte! Bitte! Ja, rein! Bitte, das ist ein Insurgent, Bro. Okay, warte, hier geht's weiter. Ey, das Ding hier, ne? Der Toyota ist absolut genial. Oh, nein, 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 ich bin über Kopf. Oh, gerettet, 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 alter, was war das jetzt gerade? Okay, jetzt hier kurz rechts rumfahren, auf ganz entspannt. Wo muss ich denn jetzt noch lang? Okay, hier ist noch... Ey, ich bin richtig tief im Wasser jetzt gerade, ne? Sieht gerade nicht gut aus. Es sieht gerade gar nicht, oh mein Gott, gar nicht gut aus. Es wird immer tiefer. Was ist hier? Wir sind Haie. Aus dem Weg, Haie. Oh, nein, 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 das kann doch nicht sein. Ich bin einfach im Wasser jetzt hier. Da sind wir leider am Ende draufgegangen, Leute. Wenn ihr da vorne noch mehr sehen möchtet, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall das Video aus, einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.